Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Samstag, der 27. Mai und ich bin auf dem Weg zur RPC bzw. gerade auf dem Weg zum Navain und dann tingeln wir mit dem Auto weiter. Ich freue mich die erste Saison, die erste Con in dieser Saison endlich. Ich habe so Con-Entzug, deswegen würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns später. Bye bye. Da sind wir angekommen auf der RPC bzw. noch auf dem Parkplatz. Das ist Team Iserlohn. Tadah! Team Iserlohn hört nicht zu. Ähm, gerade angekommen. Jetzt sind wir uns auf mich zur Halle und machen so können, was wir da noch so schön missfinden, den Rest des Teams bespielen. Das ist Team Iserlohn. Hallo! 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 Democrats Army machen! Das war die RPC 2017. Wir haben viel gesehen, wir haben viele Leute getroffen, wir haben sehr viel Spaß gehabt und ich würde sagen, wir sehen uns auf der Doku-Line nächste Woche. Bis dahin, tschüss!